Wir haben noch 45 Minuten bevor es losgeht mit der 1. Liga. Ein Glückwunsch schonmal an die schon aufgestiegenen Hals, die Damenmannschaft. Ist gestern aufgestiegen, 1. FC Nürnberg, ein Doppelaufstieg an einem Wochenende. So was kriegen wir auch hin. Also Glückwunsch an die 1. Mannschaft der FCN Damen. Gestern aufstieg in die Hölkern-Darliga. Applaus für die Damen. Applaus für die Damen.